Guten Tag, liebe Femaranerinnen und Femaraner und natürlich auch alle anderen Zuschauer. Dies ist die Zusammenfassung von meinem vierten Zoom-Meeting. Verwaltung ist Dienstleistung am Bürger. Ich würde die Vorstellung oder die Kurzfassung gerne mit einer Frage stellen, die mir nach dem Meeting gestellt wurde. Glauben Sie, dass Sie die Verwaltung in den Griff bekommen? Meine Antwort ist ganz klar. In den Griff bekommen muss man nichts. Ich denke, dass wir in der Verwaltung sehr fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Denken Sie allein an den Kämmerer, die Mitarbeiter des Bürgerbüros und alle anderen, die im ständigen Publikumsverkehr sind. Aber auch viele andere Bereiche sind mit tollen und motivierten Menschen besetzt. Bei mir soll Spaß an der Arbeit erlaubt sein und meine Mitarbeiter bekommen mehr Kompetenzen und eine Chance auf Weiterbildung. Mit Weiterbildung ist eine zusätzliche Motivation garantiert und fachliche Weiterbildungen sind üblich und ohnehin permanent notwendig. Die Welt dreht sich. Stillstand ist Rückschritt. Allein durch die Fortschreitung der Digitalisierung ändern sich ständig nicht nur technische Ausstattungen, sondern auch ganz wesentlich die Arbeitsabläufe und Prozesse. Ich komme aus der Unternehmensberatung. In der Wirtschaft werden Standards eingesetzt, um sich als Unternehmen permanent weiterzuentwickeln, sich zu kontrollieren und die richtigen Voraussetzungen zu schaffen, um gut und effizient zu arbeiten. Das ist mein Ansatz. Das Messen seiner eigenen Leistung ist notwendig, um auf die ständigen Änderungen in unserer Gesetzgebung und Gesellschaft zu reagieren und auch vorab zu agieren. Wenn wir eine objektive Beurteilung der Verwaltung möchten, dann ist das mit einfachen Mitteln, trotz der verschiedensten subjektiven Eindrücke möglich. Und wenn wir mit der Verwaltungsleistung nicht zufrieden sind, dann muss der Verwaltungschef sich nicht wundern, dass wir von unserem Umtauschrecht Gebrauch machen. Eine Zufriedenerheitsampel gibt es übrigens schon auf fast jedem Autobahnklo. Wie hat sich das Arbeitsverhalten in den letzten Jahren verändert? Heute ist zum Beispiel Homeoffice normal. Das war vor zehn Jahren nicht der Fall. Väter gehen in Elternzeit. Auch das war vor zehn Jahren bei weitem nicht so verbreitet. Wir verändern uns als Gesellschaft. Und dafür brauchen wir zur Zufriedenheit aller, auch in der Verwaltung viel Flexibilität. Jeder funktionierende Betrieb benutzt dafür Werkzeuge. Ich habe meine Werkzeuge Ihnen letzte Woche erklärt. Grundlagen, einheitliche und moderne Grundlagen sind motivierte Mitarbeiter und natürlich eine gute technische Ausstattung. Also eine IT, die sich ständig weiterentwickelt. Schlanke Prozesse, eine flache Hierarchie, klare Strukturen und so weiter. Kommunikation, auch ein gutes Instrument. Mitarbeitergespräche, Teambuilding. Ein absolutes weiteres, unersetzliches Instrument ist das sogar. Und natürlich auch ein zielorientiertes Controlling sind weitere gute Instrumente. Bei mir soll Arbeit Spaß machen dürfen. Und ich wiederhole mich, zufriedene Mitarbeiter bedeuten zufriedene Bürger. Denn auch unsere Verwaltungsmitarbeiter sind zum großen Teil femaraner Bürger. Zufriedene Mitarbeiter sind auch ein Garant für effizientes Arbeiten. So einfach ist das. Man muss das nur machen. Bleiben Sie neugierig. Vielen Dank. Was halten Sie übrigens von bezahlbarem Wohnraum? Bei mir wird das Chefsache. Ab Montag, 1. Februar. Hören und sehen Sie meine Präsentation dazu. Bleiben Sie neugierig. Montag, 19 Uhr. Schalten Sie ein. Vielen Dank. Herzlichst. Ihre Doris Klempzner Ich bin, 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 ich bin